Ich darf mich meiner Leidenschaft nicht zu schämen. Und der Otto auch nicht. Verdursten begreifen nach dem Wasser, wenn er nicht reicht. Und ich? Wer reicht mir was? Huren! Jetzt reicht! Eine Woche lang hieß es in Altosried trotz Ferien und Urlaub lernen und arbeiten. Denn hier im Theater Kestle fand wieder die Allgäuer Sommerakademie statt, veranstaltet von den Theaterfreunden Altosried. Rund 60 Teilnehmer aus der Region, aber auch aus Norddeutschland, Luxemburg und der Schweiz waren diesmal dabei. Bereits zum achten Mal haben sich in Altosried Laien Schauspieler getroffen. Neu war dieses Jahr der Jugendkurs. Schon seit Jahren planen wir daran, Nachwuchsschauspieler auszubilden. Und die Resonanz hat uns gezeigt, der Weg ist richtig. Es gab Schauspiel eben zweimal und es gab jetzt den Musicalkurs, die Jugend und dann abends Maskenbildnerei, Sprachtechnik und Tanz und Improvisation. Insgesamt acht Kurse sind in diesem Jahr angeboten worden. Die Dozenten waren allesamt Profis, die ihr Wissen an die ambitionierten Laien Schauspieler weitergegeben haben. Auch bei dieser Sommerakademie waren wieder viele Wiederholungstäter dabei. Ich hoffe, dass was hängen geblieben ist, nämlich in Richtung, dass es so wichtig ist, nicht unbedingt immer auf der Bühne eingelerntes, eingestanztes zu tun, sondern wirklich im lebendigen Moment miteinander zu spielen. Das war das Credo, das war das Thema des Kurses. Das Thema des Kurses war Kontakt. Wie komme ich in Kontakt? Wie bleibe ich in Kontakt? Und ich denke, ich glaube schon, dass da was übrig geblieben ist. Die Leidenschaft für das Theater sieht man den Kursteilnehmern regelrecht an. Sie gehen ganz in ihrer jeweiligen Rolle auf. Genauso wie es Wiederholungstäter gibt, sind auch Anfänger dabei, die zum ersten Mal an der Allgäuer Sommerakademie teilnehmen. Es ist eigentlich auch keine Vorbildung notwendig. Also man muss sich nicht mit irgendwelchen Arbeiten oder sowas anmelden, sondern man kann kommen und wird dort abgeholt, wo man ankommt. Und das ist sehr offen für alle, die mitmachen wollen. Jetzt gerade Sprechtechnik waren einige, die nie Theater spielen, aber sehr viel reden müssen. Und für die war das auch ein ganz wichtiges Erlebnis. Theater und alles, was dazu gehört, das ist eng mit der Gemeinde Althusried verbunden. Und wer weiß, welche Talente hier im Allgäu noch entdeckt werden. Machen Sie es wie er, werden Sie taub für alle schreien. Werden Sie zum Stolz, solange noch Zeit ist. Mein Gott, hilf mir! Hätte ich mir zu, hilf mir! Buh! Schlecht. Applaus 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 Applaus